Willkommen zurück bei Uncharted 3, mitten in der Wüste. Ja, Drake hat es irgendwie... ...ein wenig verschlagen... ...in die Einsamkeit. Ich kann witzigerweise... ...zielen. Ich hab sogar einen zu 30 Schuss. Der ist mit Sicherheit versiegt. Da wird kein Wasser drin sein. Mist. Das muss ein Scherz sein. Und jetzt? Ja, ist jetzt auch eine gute Frage. In welche Richtung soll ich gehen? Einfach mal hinter den Hügel gucken. Oh, nee. Das Bild wird... Okay. Wo bist du, Sally? Wo bist du? Ach, komm schon, Nate. Okay, da? Da ist Orion. Da ist der große Wagen. Mist. Ja, ich hätte zur Navy gehen sollen. Ich sehe witzigerweise... ...keins von diesen Sternzeichen gerade. Mit wem rede ich eigentlich? Hallo. Pseuro-Sally. Ich behaupte mal... ...da ist... ...ne... ...Fata Morgana. Was zum Teil ist das? Deine Fata Morgana. Das sollte dir aber eigentlich auch klar sein, dass das nur eine Fata Morgana ist. Welche Wurzeln klammern hier? Was? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Menschensohn, du weißt es nicht, er rätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Grund, wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Jap. Verdammt, Nate. Feisdreck, Feisdreck, Feisdreck. Okay. Da ist Schatten. Theoretisch. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Was ist das für eine Stimme? In meinem Kopf. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Okay. Interessant, wie lange er bei den Temperaturen ohne Wasser auskommt. Das ist jetzt schon die zweite Nacht, wo ich mich frage, how? Ich glaube, es ist relativ egal, wo ich lang gehe. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist gut. Nicht hinlegen. 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 Wach auf. Komm schon, los deine Hand. Ich habe dich immer gesucht. Ich habe dich gesucht. Meine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Sorry. Ja, und weiterlaufen. Ich schaffe das. Du schaffst was, ist die Frage, weil... Ich sehe hier weit und breit so überhaupt nichts. Wie gesagt, eigentlich müsstest du schon tot... Sorry. Sorry. Ich bin mir da nicht allzu sicher, ob das jetzt ein normales Dorf ist. Aber auf einmal kann er laufen. So, drei Tage ohne Wasser, einer höchste. Da ist das Dorf. Eine zerstörte Stadt. Mist. Geisterstern. Kapitel 19. Die Siedlung. Sorry. Das heißt, du kannst immerhin Schatten finden. Aber wenn du kein Wasser findest, dann bist du eigentlich... Du bist eigentlich schon seit zwei Tagen oder seit anderthalb Tagen solltest du eigentlich schon tot sein. Aber... Aber... Auch wegen einem Hitzschlag und wegen... Naja, was auch immer. Wegen vielen. Aber... Wenn du kein Wasser findest, dann... Das hat noch gefehlt. Was? Ein paar gebrochene Rippen haben noch gefehlt. Okay. Was? Was ist wo ist irgendwo? Oh. Lüft da rein? Ja, anscheinend. Verdammt. Verdammt, du hast getrunken. Ähm, okay. Okay, nicht aufgehen. Nicht aufgeben, vielleicht gibt's ja noch einen zweiten Brunnen, oder wie soll ich das verstehen? Muss es was Nützliches geben? Hm. Okay. Was definierst du denn als was Nützliches? Oh. Oh, Scheiße. Es ist Drake. Ich brauche eine Knarre. Hatten wir nicht eben noch eine AK? Scheiße. Ja, geil. Ich brauche eine Knarre für den Arsch. Ich kann nicht dahin zurück. Ja, genau. Werf doch noch mit. Das ist doch lächerlich. Also. Diese Kämpfe werden einfach lächerlich. Keine Ahnung. Ich... Mann, was machen mal los Männer hier? Ja, ja. Mann, ist das witzig. Mann, was machen mal los Männer hier? Wo kommt die Pistole? Da ist die Pistole. Problem ist, jetzt gleich kommen da eh Granaten lang, das Pfeffert. Da ist die Granate, die ich meine. Ja, cool. Ähm. Macht Spaß. Auf jeden Fall. Äh. Gerade hat mir das Spiel echt wieder Spaß gemacht. Ähm. Jetzt kommen wir zu den Gegner-Szenen wieder. Die dafür sorgen. Dafür, dass es etwas unfairer wird. Was machen mal los Männer hier? Alter Schwede. Das, ähm. Was machen mal los Männer? Ah, natürlich. Jetzt kann ich hier... Diese Granaten sind das Schlimmste. Wisse, sämtliche Gegner... Lächerlich, wie die Granaten... Also, die werfen ja zielgenau. Das ist ja Witz Nummer 1. Mann, was machen mal los Männer? Das ist echt witzlos, wie zielgenau die Schüsse. Das ist eben. jetzt schon wieder her wer schießt mich da gerade blindschütze dankeschön ich wollte sagen, irgendwer ist doch ganz nah da näher unduldig so keine ahnung irgendwas stimmt hier einfach nicht mit den Gegnern so und die Pistole ist gut wo 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 kommen jetzt die genauen Granaten wieder her oh scheiße das kann echt nicht sein okay okay hier sind alle tot aber hier scheint ich gar nicht hin zu sollen sehe ich das richtig gut kommen da jetzt noch mehr Gegner ach jetzt werden die auch noch schlau ja verdammt sie ist jetzt unten fest da wollte ich mir damit erklären wie die Dinger jetzt gut gehen geklappt anscheinend wollte ich mir das zeigen hast du jetzt immer noch nichts getrunken ne was eine scheiße natürlich Mist das wird langsam lächerlich sag mal wenn selbst der Spielcharakter schon sagt dass es lächerlich wird dann ist irgendwas nicht in Ordnung dann ist den Entwicklern ja anscheinend klar was sie hier gerade tun was das ganze noch ein bisschen trauriger macht eigentlich was das ganze noch ein bisschen trauriger macht eigentlich in in my face sterb in my face sterb sterb was hat mich denn da jetzt getroffen wenn ich vor oh hey ich glaub du noch ein Sniper jetzt 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 auch ich doch das ich hab das mal Nein, doch, vielleicht Shotgun over Okay Also Ein Gegner war da auf jeden Fall noch Sind mit Sicherheit noch mehr Oh, das ist eine schöne Waffe Okay, jetzt ist die Frage Wodan muss ich hier durch Damit mich da jetzt wieder irgendwas Töten will dahinter Ich gehe ziemlich stark davon aus Jetzt zieht mich irgendwas da raus Nein Aber es sind hier 50 Gegner, die wissen, dass ich hier bin Irgendwas in der Art Noch nicht Noch nicht Okay Hoffentlich der letzte Was ist das Ding nicht tot? Oh nein Nein, nein, nein. Okay. Dann trifft mich auch einfach weiterhin. Könnt ich bitte wieder leben? So, wie sollte ich das jetzt gleich noch machen? Ich verstehe. Aber das reicht ja anscheinend noch nicht. Ich muss ja anscheinend sämtliche Seiten tatsächlich haben. Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Du hast doch schon zwei komplette Dinger verloren. Endlich. Mist. Komm schon. Beherrsch dich hier. Dankeschön. Der Scheiß-Shotgun. Das kann nicht sein. Bist du tot? Bist du nicht? Oh, witzig. Beherrsch dich. Dankeschön. Das war mal endlich gezielt. So ein bisschen wenigstens. Sind sie noch mehr Nervenzirgen? Nein? Habe ich es geschafft? Überaus erfrischend. Ich habe auch keine Ahnung, welche Richtung ich soll gerade. Aber. Ich bin gerade auch erstmal einfach nur froh. So. Und ein bisschen Ammunition einsammeln. Oh, halt doch. Die Granate hätte ich gern. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Also ich würde behaupten, ich komme da hoch. Aber irgendwie. Nö. Und ein Auto hochklettern ist nicht sein Ding. Und ein Auto hochklettern ist nicht hochklettern. Brunnen vielleicht? Nö. Okay. Achso. Oh, scheiße. Wieso glaube ich, dass das jetzt kein gutes Ende nimmt? Wir machen hier einen kleinen Cut. Wir machen hier einen kleinen Cut.